Die Überlegung war, wie können Schüler Bewegungen, die sie aus dem Alltag kennen, selber aufzeichnen und diese auswerten, so dass wir nicht nur einen Bezug haben, der nur in der Schule stattfindet, rein mit experimentellen Geräten, sondern dass sie tatsächlich die Bewegungen, die sie aus dem Alltag kennen, selber auswerten können und dabei Zusammenhänge verknüpfen können. Wir beschäftigen uns mit gleichförmigen und gleichmäßig beschleunigten Bewegungen. Wir werden unser Messgerät, sprich unser Smartphone mit entsprechender App vorne auf der Seitengiste positionieren. Wir fangen gleich mit der Messung an. Das heißt, du setzt dich einmal rein. Calvin setzt dir das gleich vorne drauf und dann kann deine Messung im Prinzip beginnen. Okay, unsere Bewegung, dann schauen wir uns einmal an, hier auf unserer Karte von Google Maps. Im Vergleich zu anderen Lehrern finde ich seinen Crews besonders gut, dass er seinen Unterricht immer sehr praxisnah gestaltet. Besonders in Physik ist es natürlich schwierig. Ich finde, der Unterricht ist ziemlich gut gemacht. Also man versteht alles ziemlich leicht und das ist auch mit Beispielen und sowas immer recht gut erklärt. Herr Kruse findet immer einen Weg, dass ich irgendwie praktisch zu veranschaulichen bin, wie wir das hier am GPS-Modell auch hatten. Ein zweiter Aspekt war, nicht nur, dass wir Bewegungen aufnehmen wollen, sondern tatsächlich uns auch überlegen, naja, wie funktioniert das GPS-System eigentlich, sodass wir uns ein paar Gedanken machen, was benutze ich da überhaupt für ein System. Dazu habe ich hier ein kleines Modell mir überlegt, in dem drei Lautsprecher die Satelliten darstellen sollen, die entsprechende Signale in Form von elektromagnetischen Wellen aussenden und einmal ein Mikrofon auf einen LKW geklebt, sodass tatsächlich dieses Mikrofon unser GPS-Empfänger, im Schülerfall jetzt unser Smartphone sein soll. Das heißt, wir nehmen unsere Korrektur per Schieberegler und hätten hier einmal unsere Position, die wir in dem Modell tatsächlich hier erkennen können. Der Unterricht bei Herr Kruse ist sehr cool und auch aufwechslungsreich gestaltet, also er macht sehr viel Spaß.